So, ja, wir sind hier immer noch bei der hübschen Lady hier, die uns allerhand über Kri-Kri, also so ein bisschen so ihre Mixturen hier für ihr Voodoo-Mischmasch, irgendwie zeigt, und so weiter, und da waren wir gerade dabei, da hören wir uns nochmal ein an. Gib mir ein Beispiel eines Kri-Kri. Um die Sicherheit des Kindes zu verhindern, schneid ein Lack von seinen Haaren, während es noch ein Baby ist, und behält es dir mit dir. Das Kind muss all seine Haare haben, bevor es sterben kann. Diese sind interessant. Sie sind sehr alt. Das Grigri, das ich vorbereite, ist viel stärker, ich kann dir sagen, aber ich gebe nicht diese Geheimdienste. Ach Mensch. Als ob Gabriel über seine Nachwuchsplanung hier nachdenkt. Hm. Noch eins? Gib mir ein Beispiel eines Kri-Kri. Kri-Kri. Okay, hier ist ein altes Kri. Gib ein Kri-Kri und ein paar Kri-Kri zu einer Kri-Kri. Nachmittag. Leicht die Kri-Kri mit einem Kri. Äh, über die Kri-Kri. Was über sie? Oh, das ist ja auch gleich ein bisschen mehr. Ähm, ja, woher hast du denn die? Woher hast du Grimwald? Also, ähm, wie überhandelt man die jetzt? Wie hast du gelernt, Grimwald? Ich habe dir gesagt, eine große Voodoo-Krin hat mir gelernt. Sie hat sich selbst gelernt von Marie Laveau gelernt. Ah, faszinierend. Tja. Ja, kannst du uns eine Schuppe geben? Würde ich mir eine Kri-Kri geben? Nein, ich könnte das nicht tun. Du kannst ein paar Grimwald-Kri von deinem eigenen, nicht? Also, man muss sehr vorsichtig sein mit solchen Dingen, Haar-Klippings, Nail-Pairings und Snake-Scale. Irgendwann normal hier in der Schuppe. Bist du sicher, dass du mir nicht eine Grimwald-Kri von deinem eigenen Schuppe geben würdest? Ich habe dir gesagt, ich könnte das nicht tun. Ach Mensch, komm schon. Bist du sicher, dass du mir nicht eine Grimwald-Kri von deinem eigenen Schuppe geben würdest? Ich habe dir gesagt, ich könnte das nicht tun. Na, warum bleibt der Satz dabei stehen? Erzähl mir doch was. Erzähl mir doch was. Du musst dir beantworten, wenn du eine Schnecke anhandeln. Sie sind mehr delikat, als sie sehen. Ich glaube. Erzähl mir doch was. Viele Menschen sind Angst, dass Schnecke Angst haben. Ist das nicht so schade? Total. Ja, total. Erzähl mir doch was. Schnecke schäden ihre Haut von Zeit zu Zeit. Und du musst sie besonders aufmerksam sein, wenn sie schäden. Ich habe es in der Meinung. Aha, ja, das haben wir ja gesehen. Da hängt ja noch einer im Käfig. Vielleicht sollten wir uns die mobsen, wenn du uns keine Schuppen gibst. Oh? Tell me anything at all. Grimwald is very responsive to vibration. She doesn't recognize her name, but if I stamp three times, she looks right at me. Oh, cool. Machen wir auch gleich mal. Dreimal stampfen. Daraus gefunden haben, wie das hier machbar ist. Äh, ja, zeig uns doch mal, was du so mit Grimwald machst. Wie about showing me how you handle Grimwald? Really? You would like to see me dance perhaps? Ah, ah, ah. That would be swell. Yeah, genau das. Oh, sehr nett von Grimwald. No matter what you see, do not be frightened. I'll give it my best shot. Hm. Yeah. Hätte sich ja die Musik mal ein bisschen ändern können. D, 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 D. Oh, wir können was machen. Schnappen wir uns mal. Habe ich das ganz schnell hier die? Ne? Oh, jetzt kommt ein bisschen. Gib und grab die Schädel-Snake-Skinne, while Magent is otherwise our Cooper. Bisschen Drums rein. Ach, das war schon? Ach, das war schon. Truly inspirierend, isn't it? Oh, ja. That's certainly one word for it. Ja, wir sind auch schon richtig spitz wie Lumpy, glaube ich. Dabei hast du dich gar nicht ausgezogen. Hast du noch mehr drauf? Could I ask you a few more questions? Certainly. 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 Tanz doch nochmal. About Grimwald. What about her? Äh, nichts. Tell me anything. You have to be careful when handling is... Ach so, bleh. Gut. Ja, äh, nichts. Nichts, never mind. All right. Kannst du mal tanzen für uns? Na ja, gut. Dann nicht. Hör, ich nehme mal an, wir haben ja alles soweit durch, ne? Richtig? Sieht so aus. So, geht's der Schlange noch gut? A large sluggish snake rests on the floor of the fancy birdcage. Mhm. A large crystal... Kann man uns gar nicht die Zukunft daraus sagen lassen hier. It's not that easy to get a mess. Ne. Und sie sagt dazu auch nichts. Could I ask? Da können wir auch nichts weiter machen. Ne, gut. Ja, dann, äh, vielen Dank, Frau... Do you get many people in here? Some days the need, but I have many... Ja, gut, okay. Vielen Dank, Frau Mond... Mondstrahl. Wir gehen einmal. Please remain seated within the protective circle. There are spiritual currents in this room, that I can't always control. Thanks for the warning. Ach, die ist ja ganz clever. Hätten wir die gar nicht stehen können hier. Ach, wir können sie ja auch mal kurz angucken hier. This is the last... Ja, ja, ist gut. Unsere Beute. Wenn das nicht so auffällig ist eigentlich. It's the shed skin from Moonbeam's snake. From Moonbeam's snake. Nicht so Snake of Moonbeam. Äh, ja, können wir die lesen, oder wie? That item cannot be read. Ne. That item cannot... Ja, ja, Entschuldigung, war falsch. Können wir das jetzt vergleichen? Those two objects would have no... Ach, Mann, verdammt. Mit der Lupe vielleicht. Gucken. Gabriel magnifies the shed skin from Magentia, Moonbeam's snake. The snake scales are huge brown. They don't match the scale from Lake Pontchartrain. Ach was. Keine Ähnlichkeit. Das ist aber schade. Da haben wir ja... It's the shed skin from Moonbeam's snake. Ja, ähm... Gut, das war's damit. Können wir damit sonst was machen? Ne. Dann suchen wir ja immer noch nach der richtigen Schlange. Ey, dass ich das richtig verstanden habe. It's the sh... Sagst du noch was Neues? Gabriel is carrying... Tja, dann war die ganze Aktion ja eigentlich umsonst. Gut, äh, können wir jetzt dann gehen? Please remain seated with it. Thanks for the warning. Ja. Ach so, müssen gleich den Ausgang klicken. Well, I guess I'll be gone now. Ja. Bleib ruhig sitzen. Wir finden den Weg alleine. Open your mind and heart and the way will be clear to you. I'll give it my best shot. Jo. Schönen Dank, Frau Moonbeam. So, ja. Dann... haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm... Ja, was können wir denn dann jetzt machen? Hier kamen wir ja jetzt nicht rein, bei der Geddy. So, viel weitergeholfen hat uns jetzt jetzt... dass wir ein paar neue Punkte bekommen, äh, also Ansprechpunkte. Ja, oder Dialogoptionen. Die wir sonst zu führen können. Könnten wir jetzt noch mal zu Dr. John gehen. Oder wir könnten gucken, dass wir jetzt vielleicht auch irgendwie an was kommen, damit wir in das Anwesen von der, von der Malia Gedde kommen. Und da hatten wir ja schon so eine Idee, als wir... Deswegen fahren wir mal zu einer guten Kumpel Moseley. Weil der ist ja Polizist. Vielleicht können wir uns da mal irgendwas ausbogen. Was ist denn hier überhaupt los? Was hat er da jetzt rumgeschraubt? Ja, mal gucken, ob er zurückkommt. Was macht er da? Ah, Mann. So ein schlampiges Arbeiten. Na, das könnte uns doch vielleicht... zum Vorteil werden. Sie ist immer noch nicht bad. Ja, gut, ähm. Gehen wir mal Bescheid sagen, ne? Das war zu Moseley-Gin. Ach nee, wir können ja einfach durchgehen. Äh, öffne das mal hier. Schwupp. Hat keiner gemerkt. Die Elektri... Ja, benutzt man. Warum machen das mit den Elektrikerns-Tools? Keine Ahnung. Warum machen das mit den Elektrikerns-Tools? Verstecken. Verstecken spielen mit dem Elektriker. Das mögen die besonders gerne. Ja, das ist auch eine Erklärung für zwei linke Hände. Warum tun wir das mit den Elektrikerns-Tools? Warum tun wir das mit den Elektrikerns-Tools? Na gut, können wir uns nicht nehmen, wa? Wie es so aussieht. Hier, dann gehen wir zu Moseley. Hinüber. Moseley, mein Mann. Mein Mann. Komm her. Ja, da sitzen wir wieder. Ne? Mr. Moseley. Ach so, sie kommt da hier immer ran. Stimmt. Ja, ne? Was geht? Anything else new? Just work. Sorry, ich habe nicht mehr Zeit, zu reden, bud. Nicht? Ach komm. Anything else new? Just work. Ach man. Na gut, aber ein paar Fragen musst du schon mal antworten, oder? Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Ask away. Ja, was haben wir denn noch so neues? Ja, erstmal, ne? Wie ist denn der Stand der Ingetung? What's the status on the voodoo murder's case? Your is filled in is me. Ja, das war jetzt nicht so viel. Ne? Have you ever called a hair club for men? I'd rather have no hair than your hair, Knight. Ja. Ach, bruh. Weißt du was? Wir gehen erstmal kurz raus. Und ärgern mal ein bisschen mehr, weil die Beleidigungen, die hauen ja langsam nicht. Die sind ja langsam late. Well, I'll be seeing you. Ciao, baby. Ciao, baby. Ja, hier, fummel mal hier rum, hier. Huch. Oh, was müssen wir denn? Da können wir richtig kalt machen. Und da richtig warm machen. Was machen wir zuerst? Das ist 70. Äh, Fahrenheit wahrscheinlich. Machen wir mal auf kalt. Mal gucken, was er da macht. Oh, was ist jetzt mit der Maus los hier? Hallo? Ciao, Kintin. Oh, wie spinnt hier gerade die Maus rum? Naja, gut, wir müssen eh einen Cut machen. Daher sage ich mal Adios. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir hier sehen können, ob es jetzt kalt ist oder ob es dem Maus jetzt ein bisschen kälter geworden ist. Und mal gucken, ob wir das hier wieder in den Griff kriegen. Ich hoffe mal. Also, bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.